So, Servus Freunde! Heute haben wir mal in der ersten Richtung Einsatz haben. Ganz viel ist ja nicht los, wir haben aber überhaupt vor, dass wir überhaupt einen Einsatz haben. Das hat ja heute ja wahnsinnig langsam angefangen, das Ganze. Aber jetzt sind wir froh, dass wir mal einen Einsatz haben, das würde ich sagen. So wie man sieht, ganz viel ist nicht, aber immerhin, Hauptsache Schnee. Auf das ist man schon zufrieden. Ja Freunde, natürlich passend zu den ganzen Einsatz heute, oder den ersten Einsatz. Und immer gestern, gestern natürlich auch noch zwei Bänder gerissen. Leider ganz blick gegangen. Aber, macht man das Beste draus. Krankenstand gibt es ja nicht, selbst und ständig eben. Aber, geht alles ruhig ein Bier. Wie geht es? Kann's nicht weiter. Wenn das ein Bier an den bis zum Frauen war. Komm doch nicht? Wir brauchen einen, nachher, nachher. Und jetzt? Wir brauchen einen, bis zum Frauen. Ja, dass wir es nicht verbunden haben. Aber nicht, jetzt fangen wir einmal, nicht? Lange ist es her. Freut man sich auch nicht mehr einmal auf Einsatz, nicht? Aber heute, muss man sagen, ich gehe nicht ohne. Ich gehe nicht ohne, ich gehe nicht ohne. Man weiss da innen hin. Aber ich halte die Heizung noch weiter auf. Ich fahre nur auf einer, nicht? Ja, ja. 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 Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.